herzlich willkommen zurück bei dead island ganz genau und jetzt wollen wir nach was kommen nach irgendeiner pumpstation war eine letzte folge so vorgesehen ja ja gut boah flugzeug nervt wieder also bei dir von mir dass du bei dir gleich auch rüberfliegen dann das kann passieren so hier ist unser auto aber du hast ja nicht das fett zapfen wir können nicht fahren das ist natürlich schade heute hier mit dem polizeiwagen anmachen und dann wir sollen wahrscheinlich ein bisschen kämpfen ich kenne den alarm an und ausmachen ich weiß nicht wofür aber beim polizeiwagen kann man den alarm an und ausmachen der haut richtig rein wenn du wirfst ist ja nicht ganz so gut aber so haut der richtigen nie eigentlich doch ich mache jede wert ich auch mal wo was bist du mir beinah regnet es regnet bei dir auch echt wie es regnet sind nur wir doch jetzt regnet es auch und nö die perform hast du schon am arsch ja schön ich hasse regnen soo hier ist schon mal wieder obst und alles ich hoffe nicht dass man kann man nichts von ist weil die sind nicht so geil nee ein selbstmörder ist ja noch auch diese selbstmörder sind doch nicht so geil ja die sind aber auch schnell weg so ich nehme jetzt einfach mal wieder die marriete die ist besser die ist einfach echt besser finde ich die macht auch schaden mittlerweile meine zumindest ey guck mal wer der ist warte mal der hat jetzt gerade eine marriete abbekommen oh alter ich muss meine marriete wieder bekommen ach so hier ist ein rammer sag das doch ja hab ich doch nee ich komm gleich wieder ne ja ich auch warte ich muss noch mal ganz kurz oho das sieht nicht gut aus er sieht nicht gut aus ja ich bin schon wieder da ich hab Molotovs warte ich hab Angst wenn du wurfst gib Gas er trinkt da nicht draußen hä was das Alkohol ist das ach scheiße was bist du denn für ein Idiot ey dann ist der Molotovs Cocktail fuck ich bin betrunken natürlich ich hab mir betrunken betrunken gegen den Rammer kämpfen geil warte ich da so weit hier liegt noch was von mir wie so fetten das daneben warte mal warum ist das auf einmal Alkohol ich dachte das wäre ein Molotovs scheiße gut wir haben halt mal ein bisschen betrunken nochmal ne so oh warte Selbstmörder sag das doch ja hab ich doch hallo Selbstmörderfleisch hab ich aufgenommen hier ist noch Alkohol falls du noch was brauchst und ne Reparierbank oh ja das ist super ach warte hier liegen glaube ich auch Äpfel aber die kann man nicht essen ach schade ich möchte schon reparieren so reparieren Streitkolben mach it oh ähm kannst du mir auch bitte helfen und nicht einfach abhauen oder ich bin hier noch ja warte mein ja klar weißt du der kommt da einfach und lootet das was ein Mist Sack alter so 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 alles töten hier oh selbstmörder werf doch mal was rauf toll dass der andere natürlich davor geht super ich bin gestorben äh echt warte dass ich ich nehme das ding gleich wieder mit da also ne jetzt als der ist eingesteckt du hä ne ist das meine Machete gespacken ey ne du hast die daneben geworfen ich hab getroffen ich hab meine Machete hier in der Hand dein Teil liegt hier doch noch was hast du denn eigentlich hä ich hab meine Machete wieder genommen was willst du denn jetzt so wo das Kaffee Alter komm her ja du denn Alter kommt einfach nis meins ja ich weiß ja ich weiß das ist so geil so hä was bist du denn hier hier selbstmörder ich mach den ich mach den ich mach den ich bin wieder tot das geht's nicht ich das hast du so ich hab übrigens den selbstmörder fertig gemacht ich sag das nur schon mal ne der hätte den halt hab ich gemacht ja klar deswegen steckt meine Machete ich hab dein Ding reingeworfen deswegen steckt meine Machete auch in ihm drin ne deswegen hab ich auch IP dafür gekauft dann haben wir beide geworfen weil ich habe auch geworfen meine steckt da auch drin echt deswegen bin ich ja auch gestorben weil ich da so nach dran starr warte hier liegt doch hier hier warte hier jetzt über das die Erschraubenschlüsse der ist die Schraubenschlüsse geworfen ey ja den kenne ich auch ich sehe nix okay schade ach klar da rennt er schon wieder einfach vor ich dachte ich warte kurz auf ihn bis er dann wieder lebt nein da rennt vor du wirst nicht ernsthaft gerade schon wieder tot oder nein natürlich nicht ich bin tot ist klar ja ist so aber hier ist so ein Kotzer weißt du so ein Gifttyp tja ich gebe auch kurz mal Inventar ne hast ja nix dagegen na was bist du gestorben ja nun ganz normal nicht weil Tadja hier ist schon wenig Leben oh das gibt es nicht was oh ich hasse diese Selbstmörder da sterbe ich immer selber dran da ist meine Machete da ist meine Machete oh alter da war einfach war auf einfach da war einfach auf einmal meine Machete weg so mhm Arigenbaum ist ja bitte einmal auswählen damit ich das gleich werfen kann beim nächsten so kann ich so kann man solche Sachen eigentlich auch ganz gut verbrauchen mhm einfach auf einen raufwerfen so einmal ein bisschen hier das mitnehmen wir haben das Messer wieder aufgesammelt das können wir gleich nochmal werfen das ist doch natürlich schön ne die Messerkammer sind gut für Selbstmörder ne mhm weil der geht ja egal wie viel du auf ihn haust kaputt oder ich glaube ja wir müssen hier rum ups wollte ich grad schon falsch laufen ja ja ah ich weiß wo wir sind du wirst gleich was bekommen das war ich schon mal aber wir spielen erstmal so hier müssen wir rein ne ja weiß ich hier liegt nur Geld das Geld vorgehen ja warte kurz hier ist Geld glaube ich ok die leben nicht mehr alles ist klar ich da vorgehen mhm gerne dann wählen wir schon mal die Macheten die Machete aus und dann hä was soll das denn die haben Schusswaffen die kannst du jetzt natürlich auch was aufsammeln und damit schießen ne oh ne ich wollte nicht meine Machete da hinwegwerfen da die kannst du ja will ich auch will ich auch will ich auch sollst du irgendwas hier wo ist der da oben jetzt warte kurz snack snack äh du kannst dich hier wieder wiederbeleben ne also jetzt nicht mehr aber boah alter vielleicht sollte ich auch mal meine Machete aus hier ja aber du kannst natürlich immer wieder neu kaufen hier Machete genau zack ich wollte den da oben hier ein bisschen abknallen das tut oder muss gucken von wo hab ich schon immer schön jetzt ist das Ziel hier immer schön warte ich guck mal kurz einmal ein Drink wieder höll ich wer so viel Leben verloren hat boah ich finde man kann jetzt nicht so geil ziehen doch geht geht voll klar findest du auf jeden Fall ist ja auch ist ja eigentlich auch kein Shooter hä was was ich brauche nur Munition was ist du du hast eine Normale oder ja ich glaube ich habe eine Magnum das oder Revolver besser gesagt alter ich kann die Munition nicht aufsammeln wenn das irgendeinem Grund hm komisch auch deswegen ah weil mein Teil voll war und ich noch nicht nachgeladen habe ok immer nachladen immer schön nachladen Spaß dir Alter jetzt sind ja die Leute äh was machst du auswählen hast du schon keine Muni mehr doch aber warum soll ich sie verschwenden also nö ich habe gerade einen Bauplan Starkstrom gefunden ja schön den habe ich auch schon hier also bis hier so habe ich sogar gespielt aber dann weiß ich auch nicht mehr wie es hier ist hohoho alter hm 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 kann ich hier nicht runterspringen einfach als Wasser doch kann ich nicht so dann können wir einfach rausgehen wo sollte ich denn die Treppe laufen oh alter der ich geh erstmal wieder hier rauf ich geh erstmal wieder hier rauf ich hab zwei Pistolen aus heute im Grund ja eine Magnum wahrscheinlich und eine andere jo sieht wohl so aus ne ist beides die gleichen tatsächlich was soll ich denn was soll ich denn zwischendurch oh sieht so aus echt schon das geht ja auch so ein bisschen schneller hier mit ne hm mhm achso wir wollen auch schon wieder schießen hier wir gehen mit Frank um die Pumps zu starten die Machete ja wat 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 folg den ja der läuft weg oh ist mir auch gerade das aufgefallen warum läuft das Spezi denn weg ja weil der mit uns geradet hat deswegen läuft er doch nicht weg oder machen wir ihm Angst Aufstieg Errungenschaftsfrage schaltet gleichmäßig voran was haben wir hier was soll man sich tauschen die das oh hier Bauplan Haftbombe kriegst du noch doch kann ich eigentlich sogar machen ja warte mal ich sofort ne ich stell mir nochmal kurz n Hammer einfach mal mit weil ich habe zwei Waffen da kann ich eine dafür weglegen so wat krieg ich Bauplan Haftbombe ok sehr schön aber wir wollen erstmal wieder auf die Waffe so du musst den anderen reden hier ne ja entschuldigung warte mal auf dich we need to close those five hydrants soo schieße 5 Hydranten achso schieße 5 Hydranten Schwierigkeitsgrad schwierig verloren und 4500 EP und Fleischköder ok let me tell you where they are approximately there is a car in the loading area under the crane use it to get to the highlights neue Quest tropfen und tropfen ja soo wo sind die 5 da vorne schon ein ey guck mal her Das hat die какой ich muss so kurz so ein selbstmördertyp da achso schieße wir jetzt echt die ganze zeit und die ganze zeit fürchte grad lass mich Schläger-Typ ist. So eine Scheiße. Krass. Der hat mich ein bisschen weggehauen. So. So, Hüteran ist zu. Merkt das schon. Ich kann das ja auch. So. Oh, Schießen ist echt, finde ich, schwerer. Finde ich. Ja, finde ich gar nicht. Viel Spaß. Dein neuer Freund. Oh, hier kommt noch welche. Oh, ich bin ja. Natürlich kommt er zu mir. Der hat dich auch gesehen und nicht mich. So brennen die denn alle. Die haben mich so ein bisschen malträtiert. Ich bin gleich tot nochmal so. Das war's, was ich mag, gleich Raserei an. Das könnte man eigentlich auch mal machen. Also, bei mir blinkt das zumindest nicht wieder. Achtung, Moritz, da kommt einer. Warte, wo? Da ist der Ramborg. Du machst ihm nur einen Schaden übrigens, wenn du schießt, ne? Ja, ich merke das schon. Denk ihn mal ab. Ich hab ihn. Ich hab das schon mal gemacht, ne? Dann nehmen wir das ein bisschen... Hydrant ist zu. Schneller geht, sag ich mal. Natürlich. Kannst du doch was weggehen? Geh da weg. Du, bleib bitte da, weil man mach jedes Stecknach im Selbstmörder. Mann, wieso Sternen dienen? Ja, ich kann die auch auch sagen. Wieso Sternen dienen nicht mehr sofort? Warte, ich bin gleich da. Kannst dich drin lassen. Ich bin zwei Sekunden da. Ey, ich bin doch schon wieder da. Warum Sternen dienen dann nicht mehr sofort? Sonst sind die immer... Wir haben hier einfach mehr Leben. Das ist voll... Scheiße, ist das. Ja, ich schlitz euch auf. So. Weiter geht's. Die mittlerweile echt krass viel mehr Leben. Ja? Finde ich. So. Wir müssen jetzt hier rein. Das ist eine große Stadt hier, ne? Soll ich die Waffe... Power dauert hier seitdem, ja. Ich hab schon mal die Knarre raus, um gleich drauf zu schießen. Auf was? Auf den Container, den du in der Hand hältst. Hab ich auch. Oder was? Hier ist ein Sicher drin. Oh, warte kurz. Hier ist ein Sicher. Ich schmeiß jetzt mal dein scheiß Breckeisen weg, ne? Ist jetzt weg. Hier hab ich die Sicher genommen. Ist mir so egal. Boah, Alter, wie geil ist die Sicherung der Mitte? Soll ich nicht vorhin links gegangen? Doch. Von hier kommen wir. Tun wir das? Der ist ja krass. Habt ihr hier schon mal ein bisschen was aufgeräumt? Oh, guck mal da, wer da ist. Oh. Hat er mal kurz der Sichel abbekommen. Da war auch schon Ruhe. Oh, guck mal, wer hier ist. So, Hydrant ist zu. Sehr schön, sehr schön. Wie lange wir einfach rumlaufen? Das dauert echt sehr lang hier, oder? Der Abschnitt hier dauert ein bisschen länger, finde ich. Meine Sicht ist gleich kaputt. So schön. Kannst du Rassereien machen eigentlich wieder? Ich könnte. Aber machst du jetzt noch nicht, ne? Ne, mach ich noch nicht. Du musst ja nur noch ein Hydrant zudrehen, oder? Ja, du musst mal herkommen. Bin ich doch. Du bist doch hier. Ich dachte, du bist einfach weitergegangen. So wie ich dich kenne, machst du sowas nämlich auch. Die Sichel ist ein bisschen kaputt gerade. Wenn die neue ist, ist das super. Sonst ist das irgendwie... Nicht so krass. Ich nehme jetzt Rasserei, du auch? Oh, ich muss essen. Ich habe Pumpe. Rasserei. Y. Habe ich. Alter. Du bist schon AP. Oh, wie krass ist das denn? Zack. Beim besten skilgst du es noch ein bisschen, dann hast du... Krass. Aber wir bleiben jetzt einmal krass, dass wir hier in Sicherheit stehen. Komm mal her. Wir bleiben hier in Sicherheit stehen und sehen uns wieder in der nächsten Folge von Let's Play Dead Island. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.